Teil 42 Der Morgen danach, Mittwoch 11 Uhr Chrissy wachte auf und streckte sich. Sie hatten es geschafft. Red war frei. Die letzten Tage waren extrem gewesen. Extrem spannend, extrem anstrengend und ein bisschen gefährlich. Trotzdem, sie würde den Scromax jederzeit wiederhelfen. Madison schlief auf der Luftmatratze neben ihr, tief in den Schlafsack eingemummelt. Chrissy schlich aus dem Zimmer und ging ins Bad. Gestern Nacht waren sie sofort ins Bett abgetaucht. Sie duschte ausgiebig. Das warme Wasser tat gut. Sie trocknete sich ab, cremte sich ein und schlüpfte in frische Klamotten. Chrissy ging in die Küche und machte Frühstück. Kaffeeduft zog durch die Wohnung und weckte Raymond auf angenehme Weise. Erst als er sich auf die rechte Seite drehte, überkam ihn der Schmerz und die Erinnerung an den gestrigen Abend. Er drehte sich zurück, schnupperte noch einmal, kletterte umständlich vom Hochbett und verzog sich ins Bad. Er zog sein T-Shirt aus und betrachtete die blaugrünen Flecken, die seine rechte Seite überzogen. Es sah echt heftig aus. Das zeigte er Rose besser nicht. Als er die Badtür öffnete, stand eine verstruppelte Madison vor der Tür und nickte verschlafen. Irgendwie wurde der Morgen dadurch um einige Takte schöner. Die drei frühstückten. Rose und Charles waren nicht zu Hause. Es war richtig gemütlich. Beim zweiten Kaffee transmexten die Scromaxk. Hey, wieder fit? fragte Chrissy. Red, du kennst Raymond noch nicht. Darf ich vorstellen, mein im Kampf um deine Befreiung schwerverletzter Cousin? Hallo, sagte Red knapp und musterte Raymond abschätzend von Kopf bis Fuß. Männlich, oder? Ja klar, erzähl uns endlich, was in Voxhall passiert ist. Wieso hattest du keine Energie mehr? verlangte Green. Oh, das geht auf dieser Ebene ganz schnell. Es dauert ewig, bis man ein paar lumpige Gravitonen aufgeladen hat. Dagegen verbrauchen sie sich unverhältnismäßig schnell, murrte sie. Deine Energie ist einfach verpufft? fragte Madison. Quatsch, was soll die blöde Frage? Red, drohte Green. Ist schon gut. Ich erzähl, was passiert ist. Ich habe Fehler gemacht, räumte sie ein. Ich habe mich in Voxhall erwischen lassen. Ich bemerkte die Kamera zu spät, und anstatt ins Netz abzuhauen, habe ich Idiotin automatisch transmixed. Da lag ich in Kugelform im Computer-Kontrollraum, wurde geschnappt und sofort in ein Laborativ im Keller abgeschoben. Sie haben mich in eine Schachtel gelegt, und ab ging es in einen Spezial-Safe. Durch den Safe und die Metallschachtel gingen keine Strahlen, null Info für mich, kein Kontakt zu nichts und niemandem, wie in einem Bunker. Ich hatte vor, baldmöglichst zu verschwinden. Ich sog die ganze Zeit Gravitonen auf und war gut geladen. Gegen Morgen transmäxte ich. Das ging absolut daneben. Der Behälter, in dem ich steckte, absorbierte die Energie. Er hat sie einfach komplett weggeschluckt. Bei seiner Masse ging das rasend schnell. Der totale Crash. Das Blei hat deine Energie nicht geschluckt. Woher weißt du, dass der Behälter aus Blei war? Aus den Laborunterlagen, antwortete Green. Er war aufgesprungen und spazierte auf dem Frühstückstisch auf und ab. Ich kann mir denken, was passiert ist. Du kennst die Eigenschaften von Blei. Die Energie hat die ähnliche Struktur erkannt und versucht, am Blei anzudocken, um dort eine Transmexkation auszulösen. Dabei ist sie wahrscheinlich vollständig verpufft. Red unterbrach Green unwirsch. Spar dir deine pseudowissenschaftliche Erklärung. Für mich war es einfach nur das Ende. Ich weiß überhaupt nichts mehr über die energielose Phase nach meinem Crash. Ich weiß nicht, was sie mit mir angestellt haben, welche Experimente sie gemacht haben. Ein hundertprozentiger Blackout. Du warst nie wirklich in Gefahr. Die Laboruntersuchungen waren harmlos. Und jetzt bist du frei. Und wir können endlich nach Hause zurücktunneln, sagte Blue gut gelaunt. Klar, du hast mich da nur rausgeholt, damit du nach Roxk zurück kannst, knurrte Red. Und wenn, fauchte Blue, müsst ihr eigentlich zu dritt sein, um auf eure Ebene zurückzutunneln, warf sich Madison dazwischen. Einem Menschen deines Alters und Dranges steht es nicht an, Fragen zu stellen, deren Antworten sein unreifes Gehirn gar nicht verdauern kann, wies Red sie zu Recht. Ist die immer so ausgeglichen und freundlich, erkundigte sich Raymond und biss genüsslich in seinen Toast. Meistens ist sie duldsamer als im Moment, sagte Green. Nach einer heftigen Schlappe ist ihre Laune allerdings immer mächtig im Keller. Glaub mir, Red, bei der Bewertung der Reife von Madisons Hirn hast du dich gründlich verschätzt. Green, deine Wortwahl sagt alles. Glaub mir, bla bla bla, pfff, ereiferte sich Red. Glauben zählt nichts, Wissen zählt alles. Falls du Schwätzer es nicht lassen kannst und die Menschlein aufklärst, halte dich wenigstens an den Kodex. Hältst du mich etwa für einen Verräter? Madison hat uns lediglich gefragt, warum wir beim Tunneln zu dritt sein müssen. Sie wollte nicht in irgendwelche ultimativen Geheimnisse eingeweiht werden, erwiderte Green gereizt und wandte sich zu Madison. Beim Tunneln transmäxten wir zu Wellen. Elektromagnetische Wellen, fragte Madison. Fast. Es ergibt sich eine Konstellation, in der sich unsere drei Wellen supersymmetrisch überlagern, sodass wir uns für einen winzigen Moment gegenseitig aufheben. Dieses Nicht-Sein dauert nicht einmal den Bruchteil einer Nanosekunde, langt uns aber, um durch die siebente Dimension in die andere Ebene zu tunneln. Diese Dimension ist so klein, dass normalerweise nichts sie passieren kann. Sie ist die einzige uns bekannte Verbindung zwischen unseren Ebenen. Die siebente Dimension. Das wäre ein geiler Titel für einen Song, oder? Träumte Raymond und summte vor sich hin. Red starrte ihn verdrossen an. Man sah ihr deutlich an, dass sie sich eine bissige Bemerkung verkniff. »Und was habt ihr jetzt vor?«, fragte Chrissy. »Wir kehren nach Roxk zurück, und zwar morgen. Wir müssen bis dahin allerdings noch ein bisschen Schwerkraft tanken,« erläuterte Green. »Drei Menschen und drei Skromaxk. Das passt. Habt ihr Lust, noch einmal im Apollo die Ohrringe zu tragen?« »Klar, solange Red nicht zwickt und beißt,« lästerte Madison. »Oh Gott, hätte ich fast vergessen. Wir müssen heute ja noch arbeiten. Raymond, du kannst doch gar kein Eis verkaufen. Der Bauchladen ist viel zu schwer für deine geprellten Rippen,« fuhr Chrissy hoch. »Madison hilft mir sicher, oder?« »Ich ruf noch bei Sid an.« »Welche Kleidergröße hast du?«, fragte Raymond gut gelaunt. So unbeschwert wie an diesem Nachmittag hatte sich Chrissy schon lange nicht mehr gefühlt. Nichts störte sie. Nichts belastete sie. Sie genoss die Arbeit, das Theater, das Musical, ihre Freunde, und immer wieder warf sie Madison einen Kontrollblick zu. Red hing brav am rechten Ohr. Raymond erzählte Sid geknickt von seinem Missgeschick und deutete mit Leidensmine auf seine geprellten Rippen. Sid hob die Augenbrauen, grinste und rief bei Rose an. Die Geschichte machte ohne viel Zutun die Runde. Nicht einer zweifelte an ihrem Wahrheitsgehalt. Rose kam am Ende der Pause ins Foyer geflitzt. Raymond hatte Kaskaden voller Vorwürfe erwartet, aber sie umarmte ihn nur vorsichtig. Tut's weh? Naja, die Rippen sind geprellt. Ich wurde gestern in der Klinik geröntgt und untersucht. Ich hab versucht anzurufen, aber es ging bei euch niemand ran. Carlo hatte Zeit und hat sich um mich gekümmert und so. Das war lieb von Carlo. Ich fahr nach der Aufführung direkt nach Hause. Wollt ihr mit? Klar. Rose schloss die Wohnungstür auf. Na endlich! Hallo! Charles kam aus der Küche. Raymond, dich kann man ja wirklich keine fünf Minuten allein lassen. Er band die Schürze ab und umrundete seinen Sohn. Scheint ja noch alles dran zu sein, unkte er und klopfte Raymond sanft auf die Schulter. Das Telefon hat die ganze Zeit geklingelt. Er fischte Notizen aus der Schürzentasche und verteilte sie. Das war Teil 42 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de Also, das war fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, das war wichtig. Also, das war wichtig. Das war wichtig. Und in dem dem,